I heard it all before, is that all you have in store, is there really nothing more than just fantasies and faith? Hallo und herzlich willkommen zu Perlen vor die Säue. Den göttlichen Perlen der Weisheit der Videoserie, in welcher ich Beiträge und Kommentare vorstelle, welche Gläubige in Diskussionsgruppen auf Facebook veröffentlichen und diese aus atheistischer, naturalistischer und natürlich meiner eigenen persönlichen Sicht bespreche. Ohne Umschweife zu der heutigen Perle, die lautet kurz und prägnant, Meine lieben Atheisten, warum sterben wir überhaupt? Ich bin versucht, diesem Poster eine Gegenfrage zu stellen wie, warum sollten wir denn nicht sterben? Aber leider ist ein Video wie dieses eine Einbahnstraße und ich werde versuchen müssen, eine Antwort zu finden. Aber ich möchte zunächst noch einmal darauf hinweisen, dass Atheist zu sein nicht bedeutet, dass man plötzlich ein Experte für Biologie, Physik, Kosmologie oder sogar Philosophie ist. Gläubige stellen Fragen über diese Dinge und meinen, dass wenn wir diese nicht beantworten können, dass ein Jetzt-habe-ich-dich-Moment wäre, der uns aus unserem Atheismus aufrütteln und uns zu der Religion bekehren würde, der dieser Gläubige zufälligerweise folgt. Was für eine lächerliche Idee. Aber so laufen diese Diskussionen nun mal. Dabei bringt es sie keinen Schritt weiter, den Beweis zu führen, dass der Gott, an den sie glauben, real ist. Meine übliche Antwort auf die Fragen ist, die Tatsache, dass ich oder die Wissenschaft keine Antwort auf eine bestimmte Frage haben, ist kein Beweis für die Existenz eines Gottes und wird es auch nie werden. Doch bevor ich zu meiner ausführlicheren Antwort auf diese spezielle Fangfrage komme, möchte ich darauf hinweisen, dass Tod und Sterben, wie alles, was unnötiges Leiden verursacht, ein Problem für die Gläubigen darstellt. Vor allem, wenn ein gütiger Gott der Gott ist, über den wir sprechen. In einer solchen Weltanschauung macht der Tod keinen Sinn und das Argument von der Existenz des Bösen, vom unnötigen Leiden, wirkt hier mit voller Kraft. Warum sollte dieser Gott uns nicht sofort im Paradies und im ewigen Leben erschaffen? Die Religionen haben sich alle möglichen Ausreden einfallen lassen, wie ZB, dies ist eine gefallene Welt, durch die wir gehen und leiden müssen, weil die ersten Menschen gesündigt haben und dann aus dem Paradies vertrieben wurden. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die Muslime behaupten immer, dass dieses Leben im Grunde eine Prüfung der Leichtgläubigkeit ist und die Leichtgläubigsten, diejenigen, die aller am tiefsten in den Allerwertesten kriechen, werden im Paradies bevorzugt behandelt. Ganz zu schweigen davon, dass alle diese Religionen Regeln und Vorschriften aufstellen, die angeblich von diesem Gott stammen, aber die kein normaler Mensch erfüllen kann. Alle abrahamitischen Religionen beurteilen und verurteilen die Menschheit allein aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen sind. Der menschliche Zustand selbst ist Sünde. Um Christopher Hitchens zu zitieren, sobald man einen Schöpfer und einen Plan annimmt, macht man uns zu Objekten eines grausamen Experiments, bei dem wir krank geschaffen werden und uns befohlen wird, gesund zu sein. Ich wiederhole, wir werden krank geschaffen und uns wird befohlen, gesund zu sein. Zitat Ende. Und ich möchte hier noch hinzufügen, dass das einzige Heilmittel, das wir verzweifelt suchen müssen, die Vergebung von diesem Gott ist, die je nach Religion auf unterschiedliche Weise erreicht werden kann, aber sie muss auf jeden Fall vor unserem Tod geschehen, sonst wird es schlimme Folgen haben. Mit dem nächsten Zitat über den Tod offenbare ich meine tiefen Wurzeln und meine Liebe zu den Liedermachern der 80er Jahre. Das Lied selbst wurde veröffentlicht, als ich elf Jahre alt war, aber es hat wohl ein paar Jahre gedauert, bis es bei mir angekommen ist. Ich weiß einfach nicht mehr, wann ich es das erste Mal gehört habe. Der deutsche Sänger Heinz-Rudolf Kunze, der tatsächlich selbst ein gläubiger Christ ist, soweit ich weiß, sang 1981 im Lied »Noch habe ich mich an nichts gewöhnt«, zum Beispiel, dass ein naher Mensch vor Schmerzen schreit und stirbt, der Tod schlechthin, ein Fakt, das nicht für Gottes Schaltplan wirbt. Dies war eine Zeile in Liedern, die mich dazu brachten, tiefer über die ganze Idee von Gott, dem Designer und die Existenz Gottes im Allgemeinen nachzudenken. Nochmals, es macht keinen Sinn, dass ein perfektes Wesen sich solch dumme Pläne ausdenkt und solch fehlerhafte Entwürfe entwickelt. Um es nochmal deutlich zu sagen, in einem Weltbild, in dem es einen Gott, insbesondere einen guten Gott gibt, macht der Tod keinen Sinn und die Gläubigen, die Religionen, müssen sich Strategien und Ausreden einfallen lassen, um den Tod in ihre Lehren und ihren Glauben zu integrieren. Nicht so bei einer rein naturalistischen Weltanschauung. Auch hier ist es nicht der Atheismus, der eine Antwort auf die Frage gibt, sondern die Biologie. Atheist zu sein bedeutet einfach, nicht überzeugt zu sein, nicht zu glauben, dass es einen Gott gibt. Im Atheismus gibt es keine Antworten auf wissenschaftliche Fragen. Und ich bin kein Biologe, deshalb versteht sich hoffentlich von selbst, dass das, was ich hier wiedergebe, nur mein sehr begrenztes Verständnis ist. Es basiert auf meiner Schulbiologie, und da war ich nie besonders gut, und dem, was ich später gelesen oder gehört habe. Aber genug der Vorrede. Der Tod ist nicht nur eine biologische Tatsache, sondern eine Notwendigkeit, damit die Evolution und natürliche Selektion stattfinden kann. Damit die neue Generation die winzige Veränderungen in ihrer DNS aufweist, gedeihen kann, muss die ältere Generation verschwinden. Sie muss sterben. So einfach ist das. Betrachtet man die ersten Zellen, die sich durch einfache Teilung mittels Mitose vermehrten und ihre eigene DNS vollständig in die nächste Generation kopierten, so traten Veränderungen aufgrund von Kopierfehlern nur selten auf. Daher war die Evolution in dieser Zeit ein sehr langsamer Prozess. Und wenn man es genau nimmt, bedeutet das, dass diese Zellen, da sie Kopien von sich selbst produzierten, sozusagen biologisch unsterblich waren, weil immer eine Kopie von ihnen weiterlebte. Aber all das änderte sich, als die Zellen begannen, Sex zu haben. Als die Zellen begannen, DNS miteinander auszutauschen. Jetzt unterschied sich die neu entstandene Zelle, die neue Generation plötzlich von den Zellen der vorherigen Generation, weil sie die neu kombinierte DNS mit vielen Veränderungen enthielten. Das bedeutete, dass wenn die ältere Generation starb, diese Form letztendlich verloren war. Im Grunde gehen also Sex und Tod Hand in Hand und sind direkt miteinander verknüpft. Ich weiß, dass dies eine so vereinfachte Sichtweise ist, dass mich jeder Biologe dafür schlachten würde. Aber um es nochmal zu wiederholen. Damit die Evolution funktionieren und wirksam sein kann, ist der Tod absolut notwendig. Zum einen, damit die alte Generation der neuen nicht die Ressourcen wegnimmt. Zum anderen, um eine Kreuzung der alten DNS mit der neuen DNS zu verhindern. Für uns als Menschen bedeutet das, in unserem Körper sterben jeden Tag Millionen von Zellen ab. Diese müssen ersetzt werden. Aber dieser Ersatz geschieht unvollkommen. Und je älter wir werden, desto weniger perfekt ist er. Und irgendwann wird unser Körper aufgrund dieser Unvollkommenheit versagen. Ich mag es nicht, wenn wir Worte wie programmiert für biologische Vorgänge verwenden müssen. Denn wie wir alle wissen, stürzen sich Kreationisten und Intelligent Design Anhänger nur zu gerne darauf und behaupten, seht ihr, wenn es programmiert ist, ist es absichtlich so gemacht und es braucht einen Programmierer. Aber das ist einfach nicht wahr. Biologische Prozesse reichen aus, um solche Effekte zu erklären. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Wie jeder, der meinen Ausführungen zugehört hat, sicherlich sofort erkennen wird. Also, um es nochmal zu wiederholen. Der Tod ist ein notwendiger Bestandteil des biologischen Lebens. Denn ohne ihn könnte die Evolution nicht so ablaufen, wie sie es tut. Ende Das ist alles, was ich über diese göttliche Perle der Weisheit sagen wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Leute, genießt dieses Leben. Denn, soweit wir wissen, gibt es keine zweite Chance. Bis bald und Tschüss! I heard it all before Is that all you have in store Is there really nothing more Than just fallacies and faith Anmache Von Kim Das ist alles, was ich mir nicht mehr Ich bin immer Und ich bin immer Ich bin immer Und ich bin immer